Als ich das erste Mal nach China kam, hatte ich mit allem gerechnet. Nur nicht damit, dass ich mich in eine Chinesin verlieben würde. Und noch weniger mit ihrem Tigervater. Doch zum Glück habe ich zwei starke Frauen an meiner Seite beim Kampf gegen den Tigervater. Auf in den Kampf! Untertitelung des ZDF für funk, 2017